Unter dem Motto eine Wette, eine Stadt, ein Ziel hatten Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, Musiker Dieter Thomas Kuhn und die FEM-Direktorin Gisela Schneider am 9. November dieses Jahres eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Das Ziel 91.000 Euro sammeln, quasi einen Euro für jeden Einwohner der Stadt. Das Geld soll für den Bau einer Klinik für Frauen mit Fisteln nach sexualisierter Gewalt in der Krisenregion Ostkongo gespendet werden. Jetzt nach drei Wochen ist laut der Stadt bereits die Hälfte der Summe zusammengekommen. Damit liege man voll auf Kurs, um das Spendenziel bis zum 15. Dezember zu erreichen.